hallo und willkommen zurück meine damen und herren in der minecraft und damit auch zuvor erst letzten aufnahme es ist jetzt tatsächlich mal soweit ja es passiert alles erst mit einem weinenden auge aber es macht für mich halt einfach keinen sinn dass ich jetzt das projekt noch am leben halte und irgendwie unnötig irgendwie folgen rausziehe im endeffekt wir haben so gut wie alles erlebt das einzige was wir noch nicht gemacht haben sind alle erfolge zu holen alle quests sozusagen abzuschließen das möchte ich aber auch nicht mehr in dem let's play jetzt machen weil das wäre dann wirklich einfach nur noch irgendwie durchgezogen durch geballern ist das brauche ich nicht das mag ich nicht ich möchte lieber als auch dem kanal eine chance bieten wieder was neues zu machen wieder eine neue richtung zu gehen in ein anderes projekt trotzdem ist es hierbei dann nicht vorbei denn ich hätte schon noch irgendwie interesse daran die letzten ganz quests zu machen man hier schaut fortschritte noch einiges machen dementsprechend wird das was wir jetzt haben in dieser welt better minecraft season 1 wird noch nicht komplett vorbei sein sondern ich werde es als live projekt glaube ich dann noch machen sprich ich habe mir einfach mal ein livestream mit euch und wir machen ein paar herausforderungen bis wir die auch alle haben das kann aber auch sein dass ich da nur einmal was mache und nicht alle anderen quests mache ich es kann aber auch sein dass ich jede einzelne quest noch durchziehe jeden fortschritt das ist aber offen fakt ist dass es heute die letzte aufnahme session ist also die letzten folgen auf dem kanal ein video format und der rest könnte dann im live stream passieren wir haben einiges gesehen wir haben einiges geschafft und ich bin sehr 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 stolz und sehr froh das ist da stand das längste projekt auf dem kanal und es hat so ein bisschen auch einfach meine laufbahn geprägt dementsprechend tut es natürlich weh es zu verlassen aber ja wo eine tür sich schließt öffnet sich eine andere ihr kennt das ja wir haben schon einiges hier gemacht und es ist auch irgendwann dann an der zeit zu gehen werden jetzt heute kleinigkeiten machen die mir entweder auffallen oder an die ich mich erinnere erst mal brauche ich ein farmer es mir gerade auffällt wir haben 1234 eisengolem da ist natürlich gut und die villager sind mittlerweile auch komplett verteilt und da drei wir haben hier zwei drin hier einen da sind zwei da zwei sogar mein haus hier unten also in jedem bereich der insel sind jetzt villager und das ist natürlich so wie es sein soll werden natürlich alle keine namen haben weil die mittlerweile response sind die letzten eisengolem sind mir auch einfach ins wasser gelaufen weil die da glaube ich die skelette im wasser gejagt haben kannst du mir kurz weiterhelfen ich habe gar keine emeralds dabei kachelofen sachen habe ich noch mal wie gesagt ich möchte die möglichkeit offen lassen dass wir hier noch mal reinschauen dementsprechend dann dieses live stream projekt kann nicht mehr sprinten aber nichts zu essen weiß gar nicht warum an cookies fräsen hat euch die eigentlich trotzdem wo sind man emerald sind und ich alle verbreitet alle immer zum glück da ist keiner drin da nicht nicht so wir haben noch die ganzen hier ließ die ich dann auf jeden fall noch benutzen wollen würde jetzt sie auch doof an also 22 im willst aber dann sind das ist die letzten ich könnte mich hoch schalten aber für was vorbei in dem text brauche ich noch sachen rein in las ich da so aber die einmal einmal zu sichert mitnehmen sondern jetzt noch die tier ließ was wir da noch alles haben so jetzt können wir auch mal wieder spüren hat man eine karte raus gelassen ja und dagegen gelaufen perfekt was haben wir hier im blaue vögel ist um 1234 aber noch ein schneebuchs den brauchen wir nicht mehr u156 7 8 9 10 scheiße wenn ich könnte name text tauschen aber keine im witz da schlecht ja ich brauche ich muss mal so hiedela gibt es ja auch nicht mehr stimmt da ist er was greben egal zweite katze brauchen wir auch nicht wir haben schon eine rumlaufen und ich hoffe ich wollte es da ist jetzt fischi weil ich vorher keinen namen immer wohl wann man du bist blumen ja nicht bibi blumen ja du bist fischi es muss jetzt so und kann die auch so platz jetzt verarschen obel einfach weg was genau wie die einfach weiß blauer vogel ist kann man das wir haben ihn noch und er wird er kann sich verstehen teleportieren es war hier alles klar bei dir super sache das ging schnell bis der weg der ist noch da da waren wir müssen kurz nach unten da offen ja das immer noch offen ist da ferdinand ferdinand nicht ferdinand den haben wir auch den kollegen dann ins gattler noch die anderen hühner kann ich so platzieren was der hier ist das ding kriegst ja keinen namen wenn du so schnell bist aber noch eine kühlein ist auch genommen sind wirst du hast es zeitlob was sagen echt ist so krass was wir alles in der zeit erreicht haben es unfassbar bin sehr 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 stolz und sehr happy recht wird super griezen kleine biene ist gerade schlüpfen in 32 und hier wachsen immer wieder wie groß die biene ist und klein die ist noch eine mir gar nicht aufgefallen jetzt ist es soweit jetzt ist es mir egal also das muss ich hier machen warum machen wir so kenne ich mich damit haben was offiziell jetzt hier schwarzes gelebt pferd ist immer noch sehr cool ist aber noch eine frechheit dass das nicht so ging wie ich es gerne hätte dann war das zurück rein theoretisch könnten wir eigentlich noch schauen wenn man jetzt ist es egal und das bringt uns nichts es gibt es axel lotel war die eigentlich auch mal passiert nicht ich da kann ich lichter wasserstoff quali wasserstoff quali das ist eine wasserstoff quali das ist das ding vergessen egal es tut uns nix hoffe ich naga fliegende schwein spawner habe zwar mit fungus ich habe angst dass die mir machen aber der kräfte kräfte an das bringt mir nichts hier also eins passiert eins muss passieren auch wenn hier nicht das gleiche ist also hier aber es mir egal was ist ein fliegendes schwein wo habe ich das ding nie gesehen bevor es liegt das habe ich nie gesehen ich glaube das ist okay für euch wenn ich das jetzt hier mache dann war ich noch mal ein bisschen was raus holen will was so nicht möglich gewesen wäre entschleim endlich was für endlich es ist ein kuba zu zoner gute platz für die es gibt fische die habe ich so gar nie gesehen hey das passt halt perfekt da rein die bälle die sind ja auch vom end deswegen immer noch mal sachen wir sonst nicht gesehen seiden motten spawner weiß ich nicht motten jetzt geht es nicht so ja fisch bett los spawner cowboy sind ein cowboy fly lightning bug ich mache auf jeden fall mal kurz eins zwei weg und dann schauen wir noch mal ein paar andere sachen an es ist nicht ganz cool dazu bergen fly kate weiß ich nicht will ich nicht wollte meine war am kin worden am kin worden wix red copper was wieder skeletten horse reis cent stalker wanderer wird mir nichts zu bringen aber ich probiere es trotzdem mal focus muskrabben nein wo war ich war ich war ich kann mir ne copper kohle schilder kaufkohle schilder kaufkohle ich hab keine Ahnung was das ist was bist du die dinge ja die bau die bau die bau die bau die bau mach das war ich auf jeden fall krabbel fliegen komplett also das sind die woher es sich gibt aber gut zu wissen dass es sich es ist es 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 bett sie erst mal unsichtbar machen keiner weiß warum platzieren okay ja wo waren wir sparkler spektrafen was du wienen wie wienen kubalt reino dumbo octopus alles klar willy kann alles klar kiwis bonnack ihr flamingo kann river turtle sind die butterfly toys ich habe noch nie flamungus gesehen jetzt haben wir flamungus auf der insel die liga warum nicht ein dummer octopus ein dummer octopus wie süß ist das denn sind denn die ganzen die sparen duden wahrscheinlich hier die sparen das spektrum okay die sind gar nicht doch sind sie ich habe einmal ein bild davon alligator alligator wird mich jetzt mal interessieren woher lufthase paradise lost es gibt so viel zeug ok das passt schon was wollte ich jetzt alle es ist mega cool eine chance zu sehen unterschiedlichen gründen sehe ich das mal lieber hier aber wird 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 ja 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 ja